Jürgen Oberkfell lebt in Dortmund. Seit seinem 17. Lebensjahr musste er Kontaktlinsen tragen. Im vergangenen Jahr entschied er sich für eine Sehkorrektur mit der LASIK-Methode. Ende September fand die Operation statt und der 34-Jährige ist mehr als zufrieden. Ich war danach noch zweimal zur Nachkontrolle und wollte wissen, ob tatsächlich die 100% Sehfähigkeit wieder hergestellt. Die sind wieder hergestellt worden. Dazu muss ich sagen, vor der Behandlung hatte ich nur eine Sehkraft, obwohl Kontaktlinsen drin sind, von 85% auf beiden Augen. Das konnte man mit Sehhilfen gar nicht auskorrigieren und durch die Laser-OP ist jetzt die 100% Sehkraft wieder hergestellt. Auch den Eingriff selbst hat er in guter Erinnerung. Das tut auch absolut nicht weh. Das Einzige, was ein bisschen unangenehm ist, wenn die Linse aufgeschnitten wird, weil das Auge wird vorher lokal betäubt. Und wird auch mit Hilfsklammern aufgehalten. Dann spürt man da absolut gar nichts. Dabei wird das innere Gewebe der Hornhaut mit der Energie des Laserstrahls geschliffen. Es verdampft blitzartig, ohne angrenzende Bereiche zu schädigen. Die ambulante Augenoperation mit dem Laser dauert nur wenige Minuten. Unkompliziert und schnell. Doch der Dortmunder Augenarzt Jürgen Hade gibt zu bedenken. Jeder Eingriff am Auge bewirkt natürlich ein geringes Risiko, dass man auch schlechter sehen kann. Aber das ist halt minimal. Mir ist halt noch nicht vorgekommen, aber Entzündung, Blutung und so weiter, das kann natürlich auch bei so einem Eingriff vorkommen. Schon rund 15 Jahre lang führt der Mediziner Augenoperationen mit Lasertechnik durch. Seit 1999 ist die LASIK-Methode ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren. Für den Augenarzt ist das eine gute Sache. Vorher habe ich natürlich auch schon operiert, auch mit dem Laser. Und von daher kann ich das bestätigen, das ist nochmal eine Stufe höher. Die Rehabilitation ist viel kürzer mit dieser LASIK-Methode. Die Leute können also am nächsten Tag eigentlich schon so gut sehen, als dass sie wieder Auto fahren können. Jürgen Hade ist ein klarer Befürworter der LASIK-Methode. Doch sie sei nicht für alle geeignet. Sie mache nur Sinn im Dioptrienbereich zwischen minus 8 und plus 4. Rund 100.000 Menschen haben im vergangenen Jahr diese Laser-Operation durchführen lassen. Und dabei auch die hohen Kosten von rund 2.000, 3.000 Euro nicht gescheut. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen dafür nicht. Nur in Ausnahmefällen, wenn etwas als Krankheit anerkannt ist. Zum Beispiel für eine Hornhautbehandlung bei wiederholten Hornhautrissen, wenn konservative Behandlungsmethoden nicht wirken. Ina Sinitschin ist Gruppenleiterin bei der BIK. Sie warnt vor Billigangeboten aus dem Ausland. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil diese Billigangebote oft entstehen dadurch, dass es eine Fließbandmethode ist, dass es eine Touristenbehandlung ist. Dann die Ärzte, die das machen, sie wissen, die Patienten kommen einmal, dann kommen sie nie wieder. Die sehen die nicht wieder. Man weiß auch nicht, welche Geräte sie anwenden. Die Augen-OP mit der LASIK-Methode bietet sich für diejenigen an, die lieber ohne Brille oder Kontaktlinsen leben wollen. Nur dafür bezahlen müssen sie selbst.